Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Tja, lang, lang ist es her, als ich dieses Lied im Jahr 1990 auf der Rückbank eines Volvos meiner Eltern bei der 12-Stunden-Autofahrt nach Spanien und den Gameboy in der Hand, den ich paar Monate vor ihm zu Weihnachten bekommen hatte, mit Pfiff. Zum Gamer geboren und berufen wünschte man sich bald seine Helden, der Spiele auch auf der Leinwand. Bei manchen wünscht man sich im Nachhinein lieber, das Geschehene wieder rückgängig zu machen. Super Mario Bros. Viele Jahre vergingen, ich sprang von Level zu Level zu Level, die einst Materia besang, übte mich in einen perfekten Hadouken, testeste öfters meine Kräfte und heute ist es endlich soweit. Die Abrechnung oder doch eher die Zustimmung, wie Videospiele zu filmen wurden. Und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch und zu der heutigen Besprechung zu, na, ihr habt das mit Sicherheit schon erraten, Videospiele-Verfilmungen. Aber was wäre der Cast ohne meine bessere Hälfte? Mein Brother von Another Mother. Wenn ich Mario wäre, wäre er Luigi. Wenn ich Bud Spencer wäre, wäre er Terence Hill. Damit hallo und herzlich willkommen Sven. Hallo. So, wie er es schon gehört hat in meiner Einführung, sprechen wir heute über Videospiele. Aber bevor wir auf die Filme, die wir uns rausgesucht haben, eingehen, würde ich gern von dir wissen, wie du denn zu Videospielen stehst, Sven. Ich liebe Videospiele. Eines meiner liebsten Mittel, um Langeweile und Zeit hochzuschlagen. Angefangen mit einem Atari 2600, dann C64, dann war Pause ziemlich lang und ich hab natürlich auch überall Super Nintendo und hier, na, Sega Mega Drive und so. Das war damals ja ziemlich in, das hab ich auch schön gespielt und bin dann mit der Playstation 1 wieder eingestiegen. Und seitdem weiterhin dabei. Okay, also bei mir war es tatsächlich auch der Atari 2600 und C64 hatte ich auch. Tatsächlich war aber mein erstes Gerät, was ich so für mich selbst besessen habe, also ohne, dass ich es teilen musste mit meinem Bruder, der Game Boy. Und ja, meine Eltern, die haben mich verflucht, weil sie wirklich zwölf Stunden die Melodie von Tetris haben hören müssen auf der Autofahrt nach Spanien. Ja, aber wie du dann sagst, ich war auch dann eher ein Kind des Nintendos, also ich hatte NES, Super Nintendo, N64 und wie sie alle hießen, hatte einen Ausflug auch zum Sega Mega Drive, der bei mir aber nur angeschmissen worden ist für Sonic. So, ansonsten war ich wirklich ein Nintendo-Kind. Und dann später auch, wie du schon meintest, dann mit der Playstation. Ich hatte die erste Playstation, dann hatte ich die erste Xbox und dann bin ich im Lager der Xbox geblieben bis zur Playstation 3 und dann hatte ich auch wieder Playstation 3 und 4 und so weiter. Also ich bin auch ein Kind der Videospiele und ich liebe es zu spielen, gerade auch, weil man es schön abschalten kann. Wenn man so einen stressigen Arbeitstag hat oder sowas, ist es doch schön, in fremde Welten oder unbekannte Welten einzudringen und hier seine Wut auszulassen oder einfach mal nur zu chillen oder eine runde Auto zu fahren oder auch mal ein Fußballspiel zu spielen mit ein paar Freunden. Man kann halt wirklich richtig schön bei Videospielen abschalten. Ja, absolut. Ja, da bin ich, also, während andere dann im Garten, weiß ich, den halben Garten umgraben, um abzuschalten, gehe ich halt lieber als lieber vor meinen Monitor und spiele da eine Runde Call of Duty zum Beispiel. Ich bin aber kein Amokläufer, das hat damit nichts zu tun. Das ist immer so ein Thema, was ich sehr schwierig finde, weil die Medien es immer dann direkt gleich auf die Videospiele schieben. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, das müssen wir jetzt, glaube ich, in der Tier besprechen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Filmen, wo wir uns rausgesucht haben, an. Da haben wir, also in meinen Augen immer so abwechselnd mal einen schlechten, mal so einen guten oder aus unserer Sicht vielleicht einen guten oder nennenswerten Film rausgesucht. Waren uns auch relativ schnell einig, ne? Ja. Ja, kann man schon sagen, so. Und große Rede, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. So, und der erste Film, den wir uns rausgesucht hatten, ist Street Fighter aus dem Jahre 1994. Drehbuch war Stephen E. D. Sousa. Ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe es. Und mitspielen tun unter anderem Jean-Claude Van Damme, Raoul, Julia, wie gesagt, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Und Kylie Minogue hat natürlich auch mitgespielt in diesem Film. Möchtest du unseren Zuhörenden kurz erklären, um was es denn in diesem Film geht, was ich relativ schwierig finde? Ach, also die Grundstory ist, dass der böse General Beißen hält 60 AN-Mitglieder gefangen und will dick abkassieren, 20 Milliarden. Aber natürlich wird der Colonel Guile geschickt, um diese zu befreien. Ja, und das ist im Prinzip die Geschichte, die ist hier der Film behandelt. Ich habe jetzt gerade keine Spielzeit, ich glaube, das war noch ein 90-Minütiger, kann das sein? Nee, der geht 100 Minuten rum, ja. Ja, 102 Minuten, richtig. Und ich finde, und da bin ich ehrlich, ich war damals, wo dieser angekündigt worden ist, war ich voll gehypt. Weil man hat dieses Filmposter gesehen, man hat die Trailer gesehen und man dachte so, geil, die Kostüme sehen alle aus wie in dem Videospiel. Und Jean-Claude Van Damme als geil, der damals halt auch mein Lieblingscharakter war in dem Videospiel, ich muss in den Film, ich will den sehen. Aber es ist ja auch, das war ja auch die Zeit, in der Street Fighter 2 ja wirklich überall präsent war. Wenn du irgendwo auf eine, dir eine Pizza geholt hast und standst im Pizzaladen drin, gab es immer irgendwo einen Automaten, wo du dann gedacht hast, ah komm, hopp, sind zu zweit, wir spielen eine Runde, während wir aufs Essen warten. Ja, richtig. Oder zu Hause auf dem Super NES oder so. Es gab immer irgendwo die Möglichkeit zu spielen und es war wirklich ultra präsent. Richtig, richtig. Und tatsächlich auch auf dem Campingplatz, wo wir damals in Spanien öfters zu Hause waren, gab es tatsächlich auch ein Street Fighter 2 Automat und wir hingen als Kitties halt fast den ganzen Tag nur vor diesem Automat. Auch wenn wir nicht selber gespielt haben, sondern nur zugeschaut haben, wie andere gespielt haben, war das halt schon ein richtiger Magnet. Und damals dann auch Actionfiguren, also in Spanien gab es halt, also keine lizenzierten Actionfiguren, aber es gab Actionfiguren dort und da habe ich mir dann auch Park geholt. Ja, also es war schon, ich würde schon fast sagen, richtiger Hype um Street Fighter damals. Absolut. Im Gegensatz zu dem Spiel, was ich sehr gern gespielt habe und ich das auch richtig gut finde, das habe ich tatsächlich immer noch hier, ich habe ja mein Super Nintendo noch hier in irgendeiner Kiste und da ist das Spiel auch noch dabei, fand ich den Film, ja, ist schwierig, würde ich mal sagen. Wie schon gesagt, die Kostüme, alles super. Also ich habe die Charaktere natürlich an dem Kostüm direkt wieder erkannt. Ich finde nur, die Geschichte auch um Blanca, also der hier ja als Charlie verkauft wird, mit Geil, also Jean-Claude Van Damme, das fand ich schwierig, weil das sich irgendwie nicht richtig eingefügt hat oder es hat sich für mich so angefühlt, als würde es nicht so richtig reinpassen in die Story, als würden sie noch irgendwie was draufsetzen, um das alles ein bisschen drastischer darstellen zu wollen. Wie siehst du das? Das Problem, was der Film ja wirklich hatte, sind ja auch die ganzen Drehprobleme, dann wurde er ja noch mal gekürzt, weil sie gesagt haben, sie wollen keinen R-Rate haben, sie wollen es fürs junge Publikum zugänglich. Es gab ja beim Dreh schon, sie haben zum Beispiel Benny Oquides engagiert als Fight-Choreograf, der wurde auch ziemlich zurückgehalten, weil sie gesagt haben, er hat keine Ahnung, sie wollten halt dieses Comichafte schon beibehalten. Und ja, natürlich auch mit Raoul Julias Krebserkrankungen, Van Damme hat sich auch nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt. Ich denke jetzt, das Ganze zusammen war einfach eine unglückliche Kombination und die Vision, die sie gehabt haben, ist auch halt wirklich schwer umzusetzen, das irgendwie auf einen gescheiten Nenner zu bringen, um alte und junge Fans gleichzeitig zu befriedigen, sagen wir mal so. Ja, da stimme ich dir eigentlich voll und ganz zu, weil, sind wir mal ehrlich, 94 war das auch noch so, wenn man überlegt, die Batman-Filme zu der Zeit, die waren auch alle noch sehr comic-belastet oder vom Look her sehr comic-haft. Und finde ich auch alles okay, kann man ja machen, aber die Kernessenz, wo es um Streetfighter halt geht, was der Name ja auch schon suggeriert, Streetfighter, finde ich halt im Film das richtig rübergebracht, weil ich fand, die Kämpfe, bin ich ehrlich, lahm oder lahm inszeniert, sagen muss man eher so. Und dann noch zu wenige, weil dann hast du wirklich alle Charaktere drin, Changi, Zangief, Ryu, Ken, sind alle da, aber irgendwie machen sie nichts und das fand ich halt schade. Und gerade so Charaktere auch wie Ken oder Ryu, wo einfach nur so Nebenbeiwerk sind und im Spiel halt doch eine größere Rolle spielen, fand ich irgendwie schade. Ja, absolut. Der würde auch heute, also wenn wir den heute so rausbringen würden, der würde so dermaßen untergehen. Und ja, das ist, ich, ja, also ich war damals auch im Kino, man war natürlich ultra gehypt durch den Hype, durch natürlich auch Van Damme, da hieß es, ja, da muss man rein, das muss man gesehen haben. Und ich bin aber auch aus dem Kino raus und war wirklich sehr enttäuscht, wo ich mir gedacht habe, das passt alles hinten und vorne nicht. Und auch die Komik, die da noch drin verarbeitet ist, ist, das wirkt so aufgesetzt und ah, nee, der hat mir, der hat mir wirklich nicht gefallen. Ja, bei manchen Charakterbesetzungen fand ich auch so, warum habt ihr jetzt zum Beispiel Kylie Minogue als Kami reingebracht? Ich, sie ist eine gute Sängerin oder in manchen Augen eine gute Sängerin. Ich will ja jetzt nicht den Gesangsgeschmack oder Musikgeschmack von allen hier jetzt bestimmen. Aber manche finden sie gut, manche finden sie halt nicht gut als Sängerin. Aber als Schauspielerin, finde ich, ist sie halt nicht. Ich weiß aber auch nicht, warum sie jetzt hier reingefügt ist, weil ich glaube, zu der Zeit war sie auch von Musik noch kein hohes Sternchen oder noch nicht so bekannt, ob sie damit irgendwie ein Sprungbrett wagen wollte ins Kino-Land oder so. Ich habe keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß, ich muss ehrlich gesagt, ich habe da gar nicht nachgeguckt. Keine Ahnung, wie lange die jetzt schon so im Musikgeschäft ist. Aber vielleicht war sie damals so... Naja, sie hatte in der 80er, hat sie ja durchaus auch schon, oder Ende 80er hat sie ja auch schon Musik gemacht. So ist es nicht. Man kennt ja, ach, du bist so lucky, das kennt man ja alles schon von ihr. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie hier in dem Film auftrat, da war sie noch nicht diese... Zum späteren Zeitpunkt hat sie doch dann diese Welle gemacht, wo sie dieses Video, wo sie leicht begleitet da durch die Disko getanzelt hat. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Lied heißt. Und da hat sie dann auf einmal wieder einen Aufschwung gehabt. Aber ich glaube, 1994, da war nicht viel mit Kylie Minogue. Also bei uns glaube ich nicht. Vielleicht in Amerika drüben, oder dass er halt wirklich gerade so durchstattet und hat dann den Film von ihren Agenten vorgeschlagen gekriegt, um das noch weiter in die Welt hinaus zu tragen. Ich weiß es. Ich muss es... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weil du von ja Raul Julia, ich weiß wie gesagt nicht, wie man ausspricht, angesprochen hattest, er hat ja diese Rolle als Entbeißen nur angenommen, weil er ja, wie du schon sagtest, ja Krebs hatte und seine Kinder, glaube ich, gesagt haben, er soll da mitspielen. Weil das halt ein cooles Franchise ist, Street Fighter. Und er praktisch noch so in einem coolen Film drin sein soll. Und aus dem Grund hat er die Rolle angenommen. Meine ich gehört zu haben. Ja, also ich hab... Was ich noch gelesen hab, ist, dass er halt ja auch kurz nach den Dreharbeiten gestorben ist und dass er auch bei den Kampfszenen halt wirklich, wirklich Rücksicht auf ihn genommen haben und gesagt hat, das geht nicht, das machen wir nicht. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ja, tatsächlich gab's ja auch eine Szene nach dem Abspann, also so eine After-Credit-Szene, wie man heutzutage von Marvel kennt, wo Bison, also der Charakter von Raul, wiederbelebt wird. Aber aus Respekt vor ihm haben sie das halt dann wieder rausgeschnitten, weil sie halt dann nicht wussten, wie es weitergeht mit diesem Franchise, bringen sie einen zweiten Film und er wurde dann wiederbelebt. Und dann existiert diese Person halt leider nicht mehr. Und wie will man das dann neu besetzen? Deswegen haben sie das auch, wie gesagt, aus Respekt vor ihm, vor seiner Krankheit halt dann auch wieder rausgenommen, diese Szene. Es kam ja darauf, ein paar Jahre später, auch ein zweiter Teil, irgendwie Chang-Li-Story oder so. Ja, ich glaub, der kam damals gar nicht im Kino, sondern direkt auf Blu-ray, kann das sein? Keine, ich hab den nicht, den hab ich gar nicht gesehen. 2009 kam der. Der war vom Bildtechnischen her und von der Inszenierung besser, aber auch kein Glanzwerk. Also kann man eigentlich gleich sehen wie andere Fortsetzungen von anderen Filmen. Also er macht es vom Design her, macht das besser, aber von der Story nicht wirklich. Aber es gab danach nochmal was. Sogar einen relativ langen Film, den hab ich irgendwann mal auf Prime gesehen. Dann ging's nur um Ken und Ryu. Richtig. Das war im Prinzip eigentlich erstmal ein Fanfilm, der damals gemacht wurde. Das ist so ein Kurzfilm für YouTube. Und aus diesem Kurzfilm haben sie die Rechte dann bekommen von Capcom. Ey, der Kurzfilm fanden wir richtig stark, macht da mal was Richtiges draus. Und also man erkennt es halt an den Schauspielern, dass es, oder an den Effekten, dass es ein Fanfilm ist. Aber dennoch finde ich ihn erzählerisch immer noch spannender als dieser Streetfighter aus dem Jahr 94. Ich weiß nicht, hattest du diesen Fanfilm gesehen? Also ich kenn diese lange Version. Mhm. Und die fand ich gar nicht schlecht. Weil einfach, du hast die Sachen erkannt, die haben schön trainiert. Es war mir relativ, ich stehe normalerweise auf diese Trainingsmontagen bei Filmen. Mhm. Aber da war es mir dann irgendwann ein bisschen zu lang, wo ich gedacht hab, okay, jetzt haben wir lang genug trainiert. Jetzt möchte ich gerne den Einsatz der Hände und Füße sehen. Aber da hab ich ziemlich lange drauf warten müssen. Trotzdem fand ich ihn deutlich besser als den Streetfighter von 94. Richtig. Und er war so ein bisschen düster, ne? Mhm. Ah, hier steht Streetfighter Assassin's Fist. Assassin's Fist heißt der. Ja, ich glaub, ja, das ist er. Ist eine britische Live-Action-Martial-Arts-Rap-Serie, TV-Serie und ein Spielfilm, die von Joe Anza und Christian Howard entwickelt wurde. Also ein Fanfilm. Aber wie gesagt, der ist im Gegensatz zu dem 94er Streetfighter, ist der schön düster. Ken hat halt richtig schön Muskeln und auch Ryu. und auch diese Trainingsmontagen, die du beschrieben hast, die sind halt schön inszeniert. Also, ja, er ist ein bisschen langatmig, aber er ist halt schon besser anzusehen als der Streetfighter mit Jungle und Van Damme. Leiter, ne? So, würde ich sagen, kommen wir zu unserem Fazit zu dem Film und vergeben Punkte. Ich würde sagen, wir vergeben Hadokens oder Hadouken. Ich dachte, es heißt Hajuken. Hajuken oder Hajuken, ja. Hajuken? Das heißt Hajuken. Egal, da sind wir eh die Beste. So, dann darf ich dich bitten. So ein kleines Fazit. Und dann darfst du die sogenannten Hadoukens oder Hadouken vergeben von 0 bis 5. Er kriegt von mir 1,5. Okay. Wegen Raul Julia. Ich mag den, ich mag den, ich mag den Serien sehen. Ich mag den, also ich mochte den Schauspieler gerne. Ich mag ihn immer noch. Und ja, ansonsten ist es ein Film, der mich halt ganz krass an gewisse, also halt auch an meine Jugend erinnert, was ihn nicht besser macht, deswegen 1,5. Ja, und also wenn jemand sagt, man will sich's angucken, kann man das gerne machen. Man kann auch seinen Spaß dabei haben, aber es ist halt wirklich ultimativer Trash mittlerweile. Das stimmt, das stimmt. Ja, da muss ich dir voll und ganz zustimmen. Ich hab auch nochmal hier bei Letterboxd nachgeguckt, was ich dem damals gegeben hatte. Und ich bin auch bei 1,5 Sterne, beziehungsweise Hadouken. Und aus dem gleichen Grund, ich fand damals, das hatte ich aber auch schon gesagt, war ich halt gehypt, weil ich auch Streetfighter-Fan bin. Und Jean-Claude Van Damme, ja geil, muss ich rein. Und dann war ich eigentlich sehr enttäuscht, weil außer den Kostümen hat es wenig mit den Spielen zu tun. Und wie du auch schon sagst, es ist heute, es ist nicht mal Edeltrash. Ich würde sagen, es ist einfach nur ein Trash-Film. Es gibt ja diese Edeltrash-Filme, aber das ist er definitiv nicht leider. Nun gut, würde ich sagen, kommen wir auf unseren nächsten Film zu sprechen. Den haben wir eigentlich reingenommen, weil gerade frisch vor, ich glaube, 2, 3 Wochen erst ein neuer Trailer erschienen ist für eine neue Verfilmung oder ein Reboot. Ein Remake würde ich es jetzt nicht nennen, ich würde tatsächlich sagen, es ist ein Reboot. Wir sprechen über den Resident Evil aus dem Jahr 2002, der hierzulande eine FSK ab 16 hat und ca. 100 Minuten geht. Und das Ganze im Regie entstand von Paul W.S. Anderson. Genau, und hier spielen Mila, oh Gott. Oh Gott. Mila Jovic. Genau. Michel Rodriguez spielt mit. Dann kennen wir auch den, Heike Makat spielt natürlich mit. Der eine Sergeant, Colin Salomon, Salomon, Salomon. Den kennt man auch aus mehreren Filmen. Ich kann es gerade nur nicht einsortieren. Ja, und wie gesagt, da kam jetzt vor kurzem ein Trailer zu einem neuen Reboot und der sieht ja ganz, ganz okay aus, ne? Also, aber Trailer ist ja immer so eine Sache. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass er, also ich hoffe es, dass er einiges besser macht. Und das, was man bis jetzt gesehen hat, ja, es ist halt nur ein Trailer, aber von der Optik her sah das schon ganz gut aus, finde ich. Gut, dann komme ich mal kurz zur Inhaltsangabe von dem Resident Evil Film, den wir jetzt besprechen. Und zwar sehen wir eigentlich ein Herrenhaus, wo unsere Mila erwacht. Und das Ganze hat einen Vorfall oder es gab einen Vorfall in dieser darunterliegenden Forschungsstation oder Hive, wie sie es hier nennen, in dem Film, stattgefunden. Ein Virus ist ausgebrochen. Und jetzt wird ein Trupp, ich sag mal Marines, waren es Marines? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, irgendeine Sondereinheit wird halt da reingeschickt, weil die, die sollen doch das Virus, ne? Glaube ich, sicherstellen. Oder verwechse ich das jetzt mit dem Spiel? Also ich bin im Spiel, bin ich mehr drin als im Film tatsächlich. Nee, nee, die wollen, die wollen dem Virus Herr werden. Genau, so kann man es nennen. Genau, und das ist eigentlich schon die Story. Und wir sehen hier viele, viele Zombies, die meiner Ansicht eigentlich ganz gut dargestellt werden. Deswegen bin ich mit dem ersten Resident Evil eigentlich noch so, ja, rollen wir es mal von hinten auf, das ganze Brett. Ich bin natürlich seit erster Stunde Resident Evil Fan. Also ich habe alle Spiele der Reihe gespielt. Und als auch hier wieder angekündigt worden ist, Resident Evil wird verfilmt, dachte ich so, oh geil, das erste Spiel in diesem alten Herrenhaus, wo diese Rätsel sind und so. Und dann diese Gruselstimmung. Oh, das könnte was werden. Aber die machen gerade hier in dem Film was ganz anderes draus, ne? Also es hat eigentlich mit dem Spiel außer dem Namen und diesem Virus nicht viel zu tun. Nee, leider nicht. Ja. Leider nicht. Aber ich habe das Spiel, also als es rauskam, das war natürlich damals auch ein Meilenstein, weil sowas hast du vorher einfach nett gehabt. Gerade auch so mit diesem Intro, das mit richtigen Darstellern gemacht worden ist. Und du hast da gehockt und hast gedacht, was ist denn das? Nee, geil. Ja, hast die Rollläden zugemacht, die Anlage an der Fernseher angeschlossen. Und dann waren wir als zu viert, zu fünft vorne dran gehockt und haben gegambelt. Ja, das ist wahr. Und halt teilweise auch Schockmomente, wo man heutzutage, wenn man sich das anschaut, denkt, oh Gott, okay. So verpixelt, wie die Grafik damals war bei dem ersten Spiel. Ich weiß noch, als das erste Mal die Hunde durch diese Fenster springen, ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ach du Scheiße. Ja, und wenn man das dann heutzutage spielt, also ich bin fair, wenn man nicht weiß, dass da nichts, also überhaupt nichts von dem Spiel weiß, dann erschreckt man sich heutzutage immer noch, weil man, dieser Sound von diesem zerbersten Glas ist halt so laut und so eingefügt in das Spiel, da muss man mehr oder weniger erschrecken. Aber als eingesottener Resident Evil Fan, der auch jetzt schon bis zu Teil 8 alles durchgespielt hatte und wenn ich dann mal die alte Konsole rauskram und das alte Spiel reinlege, was ich ab und zu ja mal mache, weil so ein Durchlauf ist jetzt für jemanden, der überall weiß, wo die ganzen Verstecke und so von diesen Sachen sind, wo man braucht. Weiß ich, was war mein Bestes? Ich glaube, dreieinhalb Stunden oder sowas habe ich gebraucht. Ja, also erschreckt man sich halt leider nicht mehr so. Aber zurück zum Film. Also das, was das Spiel ausgemacht hatte, diese Gruselstimmung und so, gerade in diesem alten Herrenhaus, Jahre später, also sind wir ehrlich, das Ding ist fast 20 Jahre alt, der Film. So rückblickend würde ich sagen, ob das auch gebracht hätte, wenn sie das Spiel eins zu eins verfilmt hätten. Schwierig, weil gerade diese Stimmung und dieses lange durch Gänge laufen, ohne dass was passiert, das ist im Film, glaube ich, nicht umsetzbar. Also ich kann dem Film das so weit entschuldigen, dass ich sage, ja, sie mussten halt den Film spannend aufziehen, dass man immer noch, also dass man keine Langeweile verspürt beim Film. Jetzt überlegt man, man wäre wirklich hier eine Stunde lang durch Gänge gelaufen, durch so eine alte Hütte und es wäre nichts passiert. Das hätte dem Film, glaube ich, nicht geholfen. Na, glaube ich nicht, weil ich persönlich denke, wenn man aus diesem Marines-Trupp, den hätte man ja auch, wie es genretypisch immer ist, auch schön trennen können und das Herrenhaus etwas größer aufziehen können, halt auch mit diesem Park und so weiter und so fort, da hätte man deutlich mehr draus machen können, als der Film mit diesem Hive und dann noch irgendeinem Killer-Roboter-KI und all das, nee, das, nee, 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 nee. Also ich finde es auch schade, dass, es hat ja auch versucht, dass George Romero, ja, der wollte ja das Drehbuch schreiben und auch Regie führen, das haben sie aber auch abgelehnt, Keiner, ich weiß, also ich habe nicht rausgekriegt, warum. Das hätte mich dann vielleicht auch mehr gecatcht, als das, was da rausgekommen ist. Ich finde es lustig, weil George R. Romero ja für den zweiten Teil, also für das Spiel zweiter Teil, glaube ich sogar, die Werbung inszeniert hat. Also ich glaube nicht, Regie geführt hat er, aber er hat die, oder hat er Regie geführt für die Trailer, also für den Werbefilm von Resident Evil 2, ich weiß gar nicht genau. Das ist gefährliches Halbwissen gerade. Ja. Aber ich glaube, er war involviert so irgendwie. Und der Trailer an sich war spannender, wie letztendlich der Film der erste, wo dann W.S. Anderson hier übernommen hatte. Wobei es schade ist. Ich meine, viele mögen Anderson nicht. Ich mag Anderson, also ich mag Death Race, ich liebe Event Horizon und ich mag auch Soldier. Ich finde, das sind alles drei wirklich gute und solide Filme. Aber ja, da hätte er sich echt was anderes einfallen lassen müssen. Aber egal. Ich sage mal so, in dem ersten Teil, aus dem nachfolgenden Film, anhand des ersten Teils hätte man schon was machen können. So ist es nicht. Also ich finde, der erste behandelt zwar das Spiel nicht so ab, wie wir es kennen, sondern versucht da eine ganz andere Richtung. Aber halt als Grundbaustein Umbrella-Virus-Zombies, also das ist so ja dieses Grund, wie sagt man, Gebilde von Resident Evil, damit versuchen sie ja was aufzubauen. Was sie aber halt nicht schaffen, weil ich finde, mit jedem Teil, wo der nachkam, sind sie schlechter oder verrückter geworden. Also verrückter ist sogar fast das passende Wort, weil es sind teilweise Situationen, wo diese Alice, also von Mila gespielt, auf einmal Sachen hinkriegt, dann hat sie das Virus, deswegen ist es super stark, dann hat sie es doch nicht, aber ist genauso stark wie vorher und man blickt irgendwann nicht mehr durch. Aber diese Grundbasis, wo sie hier geschafft hatten, fand ich eigentlich an sich nicht so verkehrt, sage ich mal. Also man hätte daraus viel mehr machen können letztendlich. Ja. Also die nachfolgenden Reihen. Ich finde es halt schade, dass sie so eher auf, ich habe jetzt nichts gegen Maschinengewehreinsatz, gegen Zombies, um Gottes Willen, aber im Endeffekt war alles dann nur noch eine reine Mila-Show. Ja, absolut. Und mir fehlt einfach dieser Horror-Aspekt, gerade einfach so, weil ich habe Resident Evil 2 geliebt. Ich meine, es war damals schwer zu bekommen, weil es natürlich auf dem Index gelandet ist, aber wir haben das auch ewig gespielt. Und das hatte so hammergeile Szenen, die man hätte auch locker gut, und wenn es einfallslos gewesen wäre, eins zu eins übernehmen können. Und das hätte auch funktioniert, finde ich. Aber dieser Hochglanz-Action, in Klammern, klein bisschen Horror-Effekt, ja, hat bei mir jetzt keine Gänsehaut hervorgerufen, muss ich sagen. Und ich bin auch bei irgendeinem, ich glaube, ich bin beim vierten Resident Evil-Film, glaube ich, auch ausgestiegen. Ich glaube, der vierte war es. Der vierte war Afterlife. Ja, ja, da bin ich raus. Ja, stimme ich dir zu. Es war auch, wie gesagt, nach diesem Film, nach dem ersten Teil, wurde es halt nur noch verrückter. Und es dreht sich eigentlich alles nur noch um Alice. Und die ganzen Charaktere, wie man aus den Spielen kannte, oder auch kennt, so wie Chris Redfield und Carlos und wie sie alle heißen, die haben in der Reihe eigentlich gar keine Rolle gespielt. Sie sind aufgetaucht in den Film als Fanservice, sage ich mal. Oh, guck, da ist Chris. Und fünf Minuten später war er futsch oder existiert nicht mehr oder war er nicht mehr zu sehen. Und das fand ich halt schade, weil wenn man schon ein Franchise hat, wie Resident Evil, dann versucht man doch auch diese Charaktere, die die Leute lieben, aus den Spielen, so wie bei mir, ist es Leon S. Kennedy. Ich liebe den Charakter. Deswegen hatte ich Resident Evil 4 voll abgefeiert. Und wie gesagt, das ist mein Lieblingscharakter aus dem Franchise Resident Evil. Was haben sie dann aus dem Charakter in der Filmreihe gemacht? Jude, wo diese Jacke trägt, aber, glaube ich, nur zwei Sätze redet und am nächsten Film sieht man schon nicht mehr. Ja. Schade. Ja, das ist halt schade. Ja, das ist schade, richtig. Allerdings muss ich bei dem Film auch ein paar Sachen gutheißen. Zum Beispiel die Szene mit diesen Lasern. Geil. Die habe ich voll gefeiert. Die fand ich richtig stark. Du weißt, welche ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Können wir eigentlich spoilern, wenn der Film fast 20 Jahre alt ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es doch keiner gesehen. Tut es nicht. Ja, okay. Also, wir spoilern hier nicht. Nur die Inszenierung für diesen Laserraum, wie der Charakter XY, ich nenne jetzt auch nicht welcher Charakter, dann letztendlich da drin kämpft, in Anführungszeichen, fand ich stark. Also, die Szene fand ich richtig stark. Und auch Michelle Rodriguez, ich weiß nicht, sie hat hier so eine Fick-Dich-Einstellung. Hat sie die nicht immer? Ja, aber hier in dem Film finde ich es richtig, richtig hart. Also, ja, sie hat diese Grund-Einstellung, diese Fick-Dich-Einstellung hat sie immer. Ja, stimme ich dir zu. Auch ihr Gesicht spricht schon, spricht das schon so förmlich aus. Aber hier ist es so ein richtiger Badass, finde ich so richtig. Ach, leckt mich doch alle. Das gefällt mir richtig gut an ihr. Ach, ich muss dir sagen, ich kann tatsächlich an keinem Darsteller eigentlich ein gutes Haar lassen. Das, ich war schwer. Wir waren ja auch natürlich damals im Kino. Ich bin raus und war auch wirklich super enttäuscht. Und einige haben ihn gefeiert und haben gesagt, ja, nee, ist doch, ja, ist doch cool. Und ja, aber ich, also, wenn ich Resident Evil höre, dann will ich auch, will ich das Böse auch spüren. Ich will, wenn es nur ein bisschen Gänsehaut ist, halt ein bisschen Gänsehaut haben. Oder zumindest mal ein bedrohlicheres Gefühl. Und nicht, ja, wir ballern uns wie im Spiel durch. Und gerade das ist es ja auch, was die Spiele teilweise so gut macht, dass du eben nicht die ganze Zeit nur ballern kannst, weil deine Munition einfach eingeschränkt ist. Ja, richtig. Ja, sondern du musst dir überlegen, Konfrontation, ja, nein, kann ich nicht irgendwo vielleicht um die Treppe rumrennen oder sonst was. Oder Wege finden halt, den Gegnern auszuweichen. Eben, ja. Und ja, das hätte man meiner Meinung nach viel, viel besser darstellen können. Aber ja, ja, ist richtig. Was, was mir halt aufgefallen ist oder aufgefallen ist auch eigentlich Quatsch, aber Heike Makatsch fand ich in diesem Film total deplatziert. Es tut mir leid. Also ich habe nichts gegen Heike Makatsch. Ich kenne sie aus FIFA-Zeiten noch, also als sie noch Moderatorin von diesen ganzen Sendungen war. Und irgendwann hat sie ja dann diesen Sprung nach Hollywood geschafft und ein paar Filme mitgespielt. Also jetzt so Nebenrollen. Ich glaube, in Hollywood selber hat sie noch nicht so richtig wirklich eine Hauptrolle gehabt. Aber hier in dem Film fand ich sie neben den anderen Darstellern irgendwie fehlbesetzt. Sie wirkte irgendwie wie ein Fremdkörper. Auch wenn sie nur eine ganz kleine Rolle hat, aber trotzdem wirkt sie irgendwie falsch. Ja, ich denke dadurch, dass es ja eine deutsche Koproduktion ist oder war hier mit, ich weiß gar nicht, die waren ja nicht mal mit Bernd Eichinger zusammen. Der hat ja da auch mit produziert und da hat sie bestimmt als kleines Gimmick halt eine Nebenrolle bekommen. Bernd Eichinger war der, wo diese Filmrechte für Resident Evil erhalten hatte und da mit im Gespräch mit Capcom dann ausgemacht hat, hat also diesen Film zu verwirklichen und dann halt Paul W. Anderson ins Boot geholt hatten. Ja, richtig. Nun gut, ich glaube, über den Film brauchen wir nicht weiter zu reden. Ich glaube, das, was wir sagen wollten, haben wir auch schon gesagt. Der Trailer für den neuen Film, wie gesagt, das ist ein Reboot. Also sie starten die Reihe von vorne. Der sagte mir jetzt schon ziemlich soweit zu. Ich hoffe nur, dass auch wirklich das reinbringen, was man im Trailer sieht. Man sieht halt viele Szenen aus dem zweiten Spiel. Gerade dieses Polizeipräsidium und diesen Truck-Unfall, wo Leon S. Kennedy und hier die, wie heißt er? Ach, ist ja auch egal. Hatten am Anfang, das ist alles so eingefügt und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir was Gescheites draus machen. Der Trailer suggeriert mal was Gutes. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich bin guter Hoffnung. Ich gebe dem Ganzen eine weitere Chance. Ja, ja, richtig. Vor allem, weil jetzt mal Paul W. Anderson nicht inbegriffen ist und auch die Mila Jovich ist nicht inbegriffen. Also mal gucken, was wir draus machen. So, jetzt aber zurück zum Film. Ich würde sagen, kleines Fazit und wir vergeben hier, weil es halt Resident Evil ist, Viren, würde ich sagen. Fang an. Von null. Bitte? Fang an. Oder wir können auch G-Virus machen. Das ist, ne, bleib bei Virus. Wir bleiben bei Viren. Gut, wie gesagt, ich bin ja ein großer Fan von der Reihe und hatte auch hier, wie bei Street Fighter schon große, große Hoffnung, dass das was wird. Letztendlich weicht es komplett von dem Spielen ab, außer dass halt es um Viren und Zombies geht und war auch, wie du schon sagst, ziemlich enttäuscht, als ich aus dem Film damals rausgegangen bin. Dachte mir aber auch, aus Grund, weil es halt der erste ist und ich wusste, dass, also sie hatten damals gesagt, das folgt noch zwei weitere. Also zu dem damaligen Zeitpunkt hieß es, glaube ich, das folgt noch zwei weitere und dachte, okay, vielleicht ist das halt der Grundbaustein und sie bauen jetzt darauf auf und es kommt Besseres, war ich so, ja, okay, ist halt der Start von der Reihe. Ist so ähnlich wie bei Herr der Ringe. Herr der Ringe ist ja beim ersten Teil auch sehr langsam und erst im zweiten, dritten Teil geht es ein bisschen mehr ab als im ersten. So, kurzer Diskurs nach Herr der Ringe, egal. Aber ich bin tatsächlich hier bei zwei von fünf Viren, weil ich finde ihn jetzt nicht so schlecht wie Street Fighter zum Beispiel, dass ich sagen würde, der kriegt nur einen Stern. Ich finde ihn jetzt aber auch nicht so mittelmäßig, dass ich sagen würde, der ist gut im Mittelbereich, er kriegt drei Sterne. Deswegen bin ich bei zwei. Ich hätte auch eine Halb geben können, aber ich glaube, ich gebe den doch zwei. Zwei Viren. Hm. Okay, also diesen Fauxpas mit Resident Evil 1, mit Herr der Ringe 1 zu vergleichen. Ja, Entschuldigung. Da gehörst du eigentlich schon nackt durch die Stadt gepeitscht. Schande. ja, er, um Gottes Willen, egal. Ich wollte damit nur aufweisen, dass eine Reihe durchaus langsam starten kann und es mit weiteren Filmen besser wird. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der erste Herr der Ringe schlecht ist, aber der ist auch natürlich okay. Ich rede mich immer weiter. Du redest dich gerade um Kopf und Kragen. Das ist dir hoffentlich bewusst. Also Resident Evil bekommt von mir nur, wirklich nur einen gut gemeinten Stern. Ich mag das Franchise sehr. Ich war vom Film super enttäuscht. Ich hoffe auf die nächste, auf das nächste Reboot und setze drauf, dass man endlich mal diesen Horroraspekt mit reinnimmt und nicht nur auf stumpfe, in Leder gekleidete Tussis, die sich da durch die Gegend ballern. Es ist zwar auch nett anzusehen und so, aber ich hätte gerne halt einen Spannungsfaktor drin, ein bisschen eine bessere Story oder auch weniger Story, aber dafür endlich mal Horror. Ich will da drin Horror sehen. Es heißt Resident Evil und nicht Resident Bullets oder Resident Rumgeballer. Ich hätte es gerne ein bisschen besser. Naja, wir werden sehen. Dann kommen wir zu unserem nächsten Film. Doom, Untergang, wenn man es übersetzt, ist ein Film aus dem Jahre 2005. Jetzt bin ich was spannend. Wegen dem Namen. Wegen der Regie, ja. Komm, wie heißt er? Oh Gott, André Bartokowiak. Ja, ich denke. Aber es ist ein Z drin, eigentlich heißt es André Bartokowiak. Naja gut, ich mache es nicht besser. Ja, wo war ich jetzt gerade? Ah, spielt mit Carl Urban, Rosamund Pike und natürlich unseren The Rock, Train The Rock Johnson spielt mit, genau. Und worum das geht, das darfst du jetzt erzählen. Okay. Nach einem Zwischenfall auf dem Mars wird eine Spezialanheit losgeschickt, doch was sie finden, ist die Hölle. Fertig. Ja, tatsächlich. Ja. Bist du Doom-Fan? Also, ich sage mal so, ich habe den ersten Teil, also das erste Doom-Spiel, was ja damals kam das für den C64 oder war das später? Ich glaube, das kam später, ne? Bin mir jetzt nicht Nee, ich glaube C64. 386er PC steht hier, kam es als erstes. Und dann später für, ja, für weitere, genau. Also für die erste, sag mal, Heimkino, äh Heimkino, Heimkonsolen kam das Spiel und da hatte ich das tatsächlich gespielt, war ja aber hier in Deutschland schwierig ranzukommen, sage ich mal. Aber immer noch leichter als an Wolfenstein. Ja, das stimmt. Und ja, das hatte ich tatsächlich gespielt, das war ja damals so bahnbrechend, was es, äh, was die Inszenierung von dem Spiel anging, Das war so, glaube ich, der erste Eco-Shooter oder einer der ersten Eco-Shootern, sagen wir es mal lieber so, der auch, ja, dieses, äh, Eco-Shooter-Dasein geprägt hatte, ne? Mhm. Und ja, das hatte ich gespielt, ich hatte dann im Nachhinein auch zwei und drei gespielt und bin durchaus mit der Reihe, wie sagt man, bewandt, ne, also ich kenne sie, hab dann 2016 natürlich das Reboot gespielt, auch Doom Eternal hab ich gespielt und das sind halt einfach verrückte Shooter, sag ich mal, die neuen. Ja. Ja, ne, genau so ging's mal auch. Ich hab den ersten gespielt, den zweiten, glaub ich, gar nicht, den dritten hab ich wieder gespielt, der hat mir sehr gut gefallen und dann vier, ja, doch, vier hab ich auch noch gezockt. Eternals hab ich noch, hab ich gar nicht gespielt, einfach weil ich nicht dazu kam. Ja, Eternal ist halt sehr, sehr, also, da funkt und fliegt in allen Richtungen, also, wenn dann richtig viele, also richtig viele Gegner auf einmal kommen, hast du teilweise keinen Durchblick mehr, also, da passiert schon viel auf dem Bildschirm, sag ich mal so. Nun gut, gehen wir mal zurück zum Film, Dwayne The Rock Johnson spielt hier die Hauptrolle oder, nee, Karl Urban spielt hier eigentlich die Hauptrolle. Das Lustige ist, eigentlich wollten sie so rum, so wollte ich es nämlich aufziehen, Dwayne The Rock Johnson sollte die Hauptrolle spielen, er lehnte die Hauptrolle des John Grimm, lehnte er allerdings ab, weil er fand, dass er als Sergeant Asher Mahonen besser, fungieren kann, also er fand diese dunkle Rolle oder die dunkle Seite diesen Charakters besser und wollte halt dann unbedingt den spielen statt John Grimm, worauf sie dann Karl Urban ins Boot geholt hatten, als eben diesen Hauptcharakter. Dazu muss man sagen, dass Dwayne The Rock Johnson damals noch nicht so ein Tier war, wie er heutzutage ist, also er war schon, er ist schon immer sehr muskulös und kräftig gewesen, ja, aber wenn man sich das heutzutage anguckt, denkt man, was ist das für ein Hemd? Ja, stimmt schon, wobei er schon, also, ich meine, der hat sowieso so eine imposante Statur und ja, aber klar, natürlich mit dem, was heute geht, ist das nicht zu vergleichen. Das stimmt allerdings. Aber ich muss sagen, mir gefallen, also so die Rollenverteilung gefällt mir besser und passt mir auch so ganz gut, einfach, weil es zwar von The Rock, wenn man es jetzt aus jetzigem Standpunkt anguckt, halt eher ungewöhnlich ist, da sehr der Böse spielt, aber das macht er gut, ich hatte meinen Spaß, ich mag Karl Urban auch sehr gern, ich finde auch, das trägt er wunderbar. Ich, bei Karl Urban, Entschuldigung, dass ich jetzt kurz hier reingrätsche, Karl Urban fand ich zum Beispiel als Judge Threat mega, der passt, das ist so ein richtig schöner Ersatz für Sylvester Stallone, auch wenn er ganze Zeit den Helm auf hat, ja, gut, d'accord bin ich mit euch, aber ich fand ihn als Threat überzeugend, und Karl Urban ist für mich eh ein Schauspieler, der viel zu selten eingesetzt wird, ich finde, der könnte in viel mehr Filmen oder mehr Franchises durchaus Trend sein und nicht nur als Nebenrolle, wie zum Beispiel, da kommen wir wieder zurück auf Herr der Ringe, da hat er ja auch eine Nebenrolle und manche erkennen es sogar nicht. Ja, das stimmt. Und auch bei Marvel ist er schon integriert, da war er The Scourge bei Thor 3, wo er auch so ein bisschen untergegangen ist, aber ich finde, den Schauspieler finde ich mega. Ich mag den voll. Ich mag ihn auch und ich hatte auch echt Spaß, dass er bei Star Trek als Pille auftaucht, das hat mir auch super gefallen, ich mag seinen Pathfinder sehr gern, ja, ich finde auch, also The Boys natürlich auch, klar, aber ich finde auch, dass er wirklich, ja, Besseres verdient hätte. Ja, das stimmt, mehr Hauptfreude. Also mehr Erfolg, mehr Erfolg einfach. Ja, vielleicht, es ist, er ist vielleicht so ein Charakter, also, oder so ein Typ Mensch, der sagt, er spielt gern, gern in Filmen mit und hat gern die und die Rolle, aber vielleicht ist sein Status als der Actionheld oder sowas ist ihm vielleicht gar nicht so wichtig, weiß ich nicht. Wie gesagt, es kann gut sein, ist nur eine Vermutung, weil sonst würde er sich ja einsetzen oder man würde ihn vielleicht in mehr Hauptrollen sehen oder er wird allgemein nicht so gern gecastet, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich mag ihn unheimlich gern. Ja. auch in dieser Serie, wo er diesen arschigen Typ spielt, wo es um diese Superhelden geht, wo er alle trüten will. Ja, Boys. Mega. Genau. Ja, finde ich auch. Sau geil. Absolut. Und halt auch schön derb und alles. Ich hoffe halt wirklich noch, dass sich irgendjemand von diesen Streaming-Diensten oder sonst irgendwas annimmt und sagt, wir bringen endlich mal, das seit Jahren schon im Gespräch ist, diese Judge Dredd-Serie raus, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja, richtig. Und ich weiß nicht, wie empfindest du ihn als Judge Dredd? Super. Super, ich finde es gut. Er lässt den Helm, ich mag natürlich auch Sly, aber das ist halt auch wieder da auch wieder so in die Richtung Trash. Ja. In dem Fall. Aber trotzdem ist es ein Film, der mir Spaß gemacht hat und ich war überrascht, wie gut Urban als, ich wusste, dass er gut funktioniert, weil er einfach auch ein großer Kerl ist und auch breit. Aber dass es so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Aber egal, wir schweifen gerade übelst ab. Fasziniert, als er den Dings gemimt hat, den Dread. Genau, aber wir schweifen voll ab, richtig. Also kommen wir zurück zum Film. So, der Film, ja, ist so eine Sache, ne? Ich habe viele, viele Bekannte und Freunde, die sagen, sie fanden den mega schlecht. Ich bin jetzt auf der Seite von, sagen wir mal so, ich fand ihn jetzt, also er ist kein Vier-Sterne-Film, das nehme ich mal vorweg, aber ich hatte durchaus Spaß mit dem Film, auch wenn er optisch gesehen ein paar Schnitzer hat, also so gerade diese Special Effects und so, wo ich denke so, schwierig zu der Zeit, gerade im Jahr, wo der erschienen ist, hier 2005, waren wir tricktechnisch eigentlich schon oder CGI-technisch schon weiter. Auch von der Erzählung her, also von der Story her, ist halt, also ist halt genau die Erzählung wie aus dem Spiel, also von daher finde ich es jetzt auch nicht so verkehrt, wo manche das angekreidet haben, dass die Story scheiße ist. Was ich halt herausheben muss bei dem ganzen Film, ist halt diese Ego-Shooter-Szene. Ich finde es so nice inszeniert. Weißt du, wo er diese Waffe nimmt und dann aus dieser Ego-Perspektive sehe ich schon durch die Gänge laufen. Nice. Ja, das haben sie wirklich gut gemacht. Wobei die Story ja im Endeffekt nicht wirklich gleich ist, weil es ja schon so ein bisschen auch um Virus-Mutationen und so geht. Da wäre es mir tatsächlich lieber gewesen, sie hätten gesagt, okay gut, wir haben auf dem Mars nach Artefakten gegraben, aber wir haben tatsächlich das Tor zur Hölle aufgestoßen und da wären halt Höllen-Kreaturen rausgekommen. Es ist ja bei mir jetzt schon eine längere Zeit her, wo ich die 1, 2, 3 gespielt habe, aber war es nicht im dritten Teil so, dass es so passiert ist, dass sie auf dem Mars gegangen sind, weil sie keine Rückmeldung mehr bekommen haben von diesen Forschern, die auf dieser Station waren und deswegen ist der da hochgeflogen und dann hätten sie festgestellt, dass das Tor zur Hölle aufgemacht worden ist? Ja, das ist im dritten, das ist das dritte. Ja, genau und auch diese Szene, wo man im Film es sieht mit dieser Ego-Perspektive ist ja auch aus dem dritten, weil da gibt es ja auch diesen Rollstuhl-Typ, das Monster, das war ja auch aus dem dritten. Ja, 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 aber im Film ist es ja eher so, dass es eher so auf Virus, Virus gebaut ist. Ich meine, bei mir ist es jetzt auch schon etwas länger her, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie da sich einen groben, also einen bewussten Schnitzer erlaubt haben und da wären mir halt Höllen-Kreaturen lieber gewesen, aber ansonsten finde ich, ist das, wenn man, wenn man mal überhaupt keinen Bock hat, denkt, was guck ich heute Abend, finde ich das immer noch trotzdem im Film, da kann man die Grütze ausschalten und einfach nur gucken und denken, also ich fand den jetzt nicht ganz so schlecht. Der wird oft wirklich sehr schlecht runter, also wirklich runtergeputzt. Ich finde auch, es ist kein Vier-Sterne-Film, aber es ist trotzdem noch, die Unterhaltung ist okay. Ja, also wie gesagt, wie du schon sagtest, ich finde ihn unterhaltsam, also man kann den durchaus, wenn man mal so einen, weiß ich, einen Abend hat, wo man einfach nur Film rein, Hirn aus, dann gibt es Action und so und da kann man sich den durchaus reinziehen. Also ich mag ihn, ich bin vielleicht auch einer der wenigen, der ihn so mag. Es ist jetzt kein High-End-Film, also kein mit großen Effekten und sowas, wie ich schon gesagt hatte, aber ich gucke mir den trotzdem gerne an, im Gegensatz zu den nachfolgenden Filmen, wo es da dann noch kamen. Oh Gott, ja. Die gehen ja gar nicht, das ist ja. Das stimmt. Das ist ja schlimm, also da ist der noch noch annehmbar. Also da dagegen ist er wirklich ein Vier-Sterne-Film. Ja, richtig. Wenn man die ganzen Doom-Filme vergleichen wird, ist er halt der mit der besten Bewertung tatsächlich, ja. Ja, ansonsten, eine kleine Kritik hätte ich, ich hätte mir ein bisschen mehr Splatter noch reingewünscht. Also es gab schon eklige Szenen, ja, aber so ein bisschen blutiger oder blutrünstiger hätte er in meinen Augen schon sein können, aber dann hätte man ihn auch durchaus höher einstufen müssen. Ich glaube, er hat hier in Deutschland eh schon ... Der hat eine 18, ne? Nee, nee, der hat eine 18. Ja, ja. Tatsächlich ab 18. Ja, aber dann ... Ja, dann hätte ich mir trotzdem mehr Splatter noch gewünscht, dass man sagt, so ein bisschen blutiger. Ich meine, in manchen Bereichen vom Film ist er ja schön düster, ne? Weil Licht fehlt oder weil die Situation, weil sie irgendwo in der Kanalisation oder unter Werk sind, da wirkt es bildtechnisch schon, aber halt diese Splatter-Effekte, die hätten ein bisschen mehr sein können, in meinen Augen. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr zu dem Film zu sagen. Hast du noch einen Punkt? Nö. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Fazit und Bewertung. Ich würde hier sagen, wir vergeben hier BFGs, Big Fucking Gun. Mhm. Und zwar 0 bis 5, wie immer. So. Und du darfst als erstes. Okay, also ich sehe ihn alles mal ganz gerne. Wie gesagt, es ist kein Vier-Sterne-Teil, das hatten wir jetzt ja auch schon und ich gebe ihm zwei BFGs aus den genannten Gründen, was wir schon alles aufgeführt haben. So schlecht ist er nicht. Er ist jetzt kein Glanzwerk, aber man kann sich mal angucken. ja. Ja, tatsächlich habe ich zweieinhalb hier stehen und ich, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, was das für mich ausmacht. Man kann sich den anschauen und es ist so ein Hirnausfilm eigentlich, was eigentlich böse sich anhört, aber ich habe bei dem Film habe ich Spaß und das reicht für mich für so eine mittlere Bewertung, zweieinhalb. Gut, jetzt haben wir last but not least noch einen schönen Film, schön in Anführungszeichen. Und zwar sprechen wir jetzt um den Film oder es geht jetzt um den Film Silent Hill aus dem Jahr 2006, der ganze 125 Minuten geht und hier ein FSK ab 16 hat. Regie hat Christoph Gantz, kennst du den? Ja. Ach, das ist in Französisch, es wird wieder anders ausgesprochen. Christoph Gantz. Nee, jetzt bleiben wir bei Christoph Gantz. Ja, ich kenne Christoph Gantz, ich mag seine Filme sehr. Okay, verdammt, ich habe das jetzt erst gelesen, dass es ein Französ ist. Zu spät. Zu spät. Ja, die Schauspieler, es spielt mit Raja Mitchell als Rose Da Silva und Sean Bean als Christopher Da Silva, das ist der Ehemann von ihr und ansonsten die anderen Schauspieler, ich weiß nicht, kennt man die? Laurie Holden kennt man auch. Laurie Holden, ja klar, Laurie Holden als Zippe, stimmt, die habe ich vergessen, aber die anderen sagen mir jetzt soweit nichts, doch, Kim Coates, der sagt mir noch irgendwas vom Gesicht her. die sind. Spielt auch bei Ding bei Sons of Energy und so mit, spielt auch in ganz vielen 80ern, also 90ern, hier zum Beispiel, das ist der, wo mach's nochmal und ich schlag dich tot, bei Last Boy Scout, das ist der Kim Coates. Ah, alles klar, okay. Ja, vom Gesicht her erkannte ich ihn, wie gesagt, also das Gesicht ist einem bekannt, aber ich konnte ihn jetzt irgendwie nicht einsortieren. Gut. Ja, worum geht's in Silent Hill? Ist schwierig, weil wenn ich zu viel erzähle, spoilere ich halt dementsprechend auch. Ich hab mir was rausgeschrieben, soll ich's? Ja, dann mach du. Okay, Sharon ist die Adoptivtochter von Rose und Christopher, sie leidet unter Schlafwandeln. Während dieses Zustands spricht sie den Namen Silent Hill aus. Nachdem keine Therapie hilft, forscht Rose nach und findet heraus, dass es Silent Hill wirklich gibt. Also macht sie sich mit Sharon auf die Socken dahin. Fertig. Super, kann man es eigentlich so genau ohne zu spoilern zusammenfassen. Ich, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber was ich sagen muss ist, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist, wenn es um Filme geht, die von Videospielen abstammen. Beziehungsweise, sagen wir es wie es ist, Videospielverfilmungen. Ich finde, der macht alles richtig. Der interpretiert für sich die Story eigentlich ganz neu. Also er nimmt nicht die Story direkt aus dem Spiel und schreibt sie eins zu eins um, sondern er macht die, also er, wie, ich sag's mal so, er besetzt die Charaktere anders, weil im ersten Spiel ist es ja ein, ein Vater, der mit seiner Tochter Auto fährt und nicht eine Mutter. Sean Bean, der, der Charakter kommt im Spiel so gut wie gar nicht vor, der Silver. Auch diese Christabella gespielt von Alice Kricker, die kommt im Spiel auch nicht vor und doch fangen sie so viel von dem Spiel ein, dass man sagen kann, ja, ich fühle mich hier wirklich wie im Spiel, wie in Silent Hill. Man muss auch dazu sagen, dass der wirklich fünf Jahre gebraucht hat, bis sie dem tatsächlich die Rechte überschrieben haben. Der hat sogar noch was vorgedreht und hat's vorgelegt und hat gesagt, das ist meine Vision, so soll's aussehen. Meint ihr nicht, dass das dem Spiel gerecht wird und sie haben ihm dann tatsächlich erst die Lizenz dafür gegeben. Das finde ich sehr gut. Er hat wirklich alles richtig gemacht, auch in meinen Augen. Es ist eine super Atmosphäre, es ist Nebel da, okay, dieses Radio-Geknister taucht auch im Film mal auf, ist aber kein Hauptbestandteil wie im Spiel. Trotzdem hat man diese Umwandlung der Umwelt in dieses Höllen-Szenario, haben sie alles mit reingenommen, sie haben die Krankenschwester drin, okay, gut, der Pyramidenkopf taucht erst im Zweiten auf, aber trotzdem haben sie es wirklich geschafft, eine super Atmosphäre aufzubauen und um's in deinen Worten zu, ich mag sowieso Christopher Gantz mag ich sowieso hier sehr gern. Wie wird der aussprochen? Christoph? Gantz, glaube ich. Gantz, okay. Gantz. Entschuldigung. Aber ich bleib jetzt bei Christopher Gantz. Christopher Gantz. Ja, ich mag halt seine Filme, also ich mag Pack der Wölfe, ich mag Brian Freeman, stehe ich drauf, der ist schon visuell echt gut und kann auch schön erzählen und das sieht man hier auch. Ja, und tatsächlich ist auch diese Stadt sein Ziel. Es gibt wohl in den Staaten eine Stadt, die so ähnlich durch den Kohlebrand abgebrannt ist, ich glaube in Pennsylvania, bin mir nicht sicher. Ja, und diese Stadt hat sich halt als Vorbild genommen und auch diese Verwandlungsszenen, wenn die Sirenen ertönen, was ja im Spiel durchaus ein prägendes Erlebnis ist. Erlebnis ist oder auch ein Punkt ist aus dem Spiel, haben die so gut eingefangen, wenn diese Lackpartikel sich lösen und so wegfliegen und super, super umgesetzt. Ja, und auch hier Sippe, die Polizistin, die kommt ja wie gesagt auch im ersten Teil vor, dass sie die hier reingebracht haben und auch organisch hier drin mitwirkt und nicht nur so wie bei Resident Evil zum Beispiel ein Charakter ist, der nur mal auftaucht, weil es Fanservice sein soll, damit die Leute wissen, ach ja stimmt, der Charakter ist drin, aber er hat überhaupt keine Rolle im Film, ist hier anders. Also der Charakter Sippe, der hat durchaus auch Daseinsberechtigung. Was ich halt lustig finde, das habe ich jetzt in der Recherche für unsere Besprechung herausgefunden ist, dass sie eigentlich die Rolle der Sippe mit Cameron Diaz besetzen wollten. Gott sei Dank haben sie es nett gemacht. Gott sei Dank. Ich weiß, sie hätte, glaube ich, in dem Film hätte nicht gewirkt. Also jedenfalls nicht zu der Zeit. Nee, ich mag sie zwar auch, also so eine Komödien finde ich sie super, da hat sie auch ihre Rolle, finde ich, auch gefunden. In so Horrorsachen weiß ich nicht. Also ich kann mich natürlich auch irren, aber ich glaube auch, sie hätte nicht gepasst. So, und so ein Punkt, was mir an dem Film auch sehr gefällt, ist halt, er ist, wie du schon sagst, die Stimmung bringt das sehr schön rüber, auch von dem Spiel. Man hat die ganze Zeit dieses Nebliche, was auch schon so eine beklemmende Atmosphäre bewirkt. Dann hat er natürlich viele, viele Charaktere, die im Spiel natürlich auch vorkommen und auch gruselig aussehen. Ich sage nur die Nurse, also die Krankenschwester, wo es sich ja nur bewegt bei lauten Geräuschen und auch Pyramidenkopf. Und immer wenn du denkst, so, jetzt hat der Film Storytelling betrieben, also er hat dir ein bisschen was von der Story erzählt, jetzt könnte mal wieder Splatter kommen, dann macht er das aber auch. Also er zieht sich nicht zu lang, bis was passiert. Es ist immer schön abwechselnd, also du bist immer schön dabei, du hast, jetzt hast du wieder was erfahren, jetzt kommt wieder ein bisschen was Ekliges oder was zum Gruseln. Und die Szene vor der Kirche, die ist aber heftig, wo Pyramid Head, die Dame, weißt du, ich will ja nichts spoilern, aber du weißt bisher, welche Szene ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Die fand ich auch übel heftig. Ja, ich finde, er hat auch, ich finde auch den Soundtrack ziemlich gut, weil er trägt bekannte Melodien, die man auch aus dem Spiel teilweise kennt, schön mit rein und ist auch wie im Spiel tagsüber bedrohlich, aber immer noch so ein bisschen unterschwellig und erst wenn sich alles ändert, dann kommen die, dann wird gehämmert, dann wird sonst irgendwas noch an Sounds mit eingespielt und das trägt alles da dazu bei, dass es einfach, wo du denkst, um Gottes Willen, lauf bloß, nicht um die Ecke. Gerade wenn man auch die Spiele gespielt hat, ich fand den ersten Teil wirklich auch sensationell, wobei der zweite es alles nochmal krass getoppt hat, genau wie bei Resident Evil. Richtig. Und als es damals hieß, ah komm, hier Silent Hill, dachte ich noch, um Gottes Willen, wenn das genau so ein Debakel wird wie Resident Evil, flippe ich echt aus. Aber ich hab dann auch, mich dann natürlich, damals hat man halt noch Zeitschriften gelesen und hab dann noch rumgeblättert und hab überall, ja hier, wer hier Regie führt, das ist doch schon mal ein Garant für etwas anderes. Der Herr Gans. Ja, der Herr Gans, Christoph Gans und Christoph Gans hat mich auch absolut nicht enttäuscht. Wir waren auch im Kino, ich bin raus und dachte nur, wow, so muss das aussehen. Ja, richtig, richtig. Wo man ja noch sagte hier, man kann eigentlich ein Spiel nicht eins zu eins umsetzen, weil sie, das hatten sie dann immer bei Resident Evil so verargumentiert, doch kann man, weil Silent Hill zeigt sie einem, also Silent Hill macht in meinen Augen für eine Videospielverfilmung oh, das ist vielleicht jetzt weit hochgegriffen, aber alles richtig und deswegen finde ich gerade, als sie dann den zweiten Teil angekündigt haben, also Silent Hill 2, der zweite Film, da war ich natürlich so gehypt drauf, hab ich gesagt, geil, wenn der erste schon so geil war und sie bleiben bei dieser, bei dieser, bei dieser Linie, also auf dieser Linie und machen den zweiten auch so, dann kann das nur geil werden und da war ich sehr, sehr enttäuscht bei Revelation. Ja. Weißen wie du das siehst? Ja, er hatte, also er hat, ja gut, er hat im Splatter ein bisschen mehr zugelegt, aber ansonsten haben sie leider relativ, das was sie wirklich im ersten super gemacht haben, haben sie im zweiten versemmelt. Ich finde die Effekte und so ist trotzdem noch beides in Ordnung, also wobei der erste da auch heute noch immer noch gut aussieht, aber der zweite, ja, der zweite ist, ist leider eher ein Schritt zurück anstatt ein Schritt nach vorne. Richtig. Achso, wie gesagt, ich, ich mag den Film unheimlich und es ist immer, wenn es heißt, sag mir Videospielverfilmung, richtig gute Videospiel, ist das bei mir immer der Top 1. Es gibt, glaube ich, für mich, wie gesagt, ich betone es für mich, keine Videospielverfilmung, die so nah ans Original reinkommt und so gut ist, wie es sein Till. Nee, nee, da hast du, ich finde schon, da hast du recht. Alles andere kannst du ja, also, wenn dann einer um die Ecke kommt und sagt, Far Cry war gut, äh, nein. Das war alles, aber es war nicht gut. Nee, es stimmt schon. Ich finde da auch, da haben sie wirklich ganz viel richtig gemacht. Du merkst selbst, dass er anscheinend Fan ist oder Fan war damals oder die Spiele auf jeden Fall auch mal zumindestens mal begriffen hat und weiß, worauf der Hauptaugenmerk liegt und das hat er super umgesetzt, ja. Ja, das ist immer so ein Problem bei Regisseuren, wenn sie irgendeine Comicverfilmung oder Videospielverfilmung machen sollen und sie sagen, ja, sie sind seit Jahren schon Fan, von der Reihe und dann aber es nicht schaffen, die Kernessenz von dem Franchise umzusetzen. Ich finde es schon schlimm, wenn du dann, als man Interviews siehst und sagst, ich habe die Spiele gespielt, da war ich, ach Gott, da konnte ich nicht mal richtig über den Tellerrand gucken und ich habe da gezockt und bla und dann denkst du, okay gut, dann stimmt aber irgendwas nicht, ja, also, wenn die Leute sagen, okay, sorry, ich habe gar keine Ahnung davon, ist mir das eigentlich lieber, weil ich dann weiß ungefähr, wo du rankommst, klar, können die sich nicht verkaufen, aber da liebe ich doch eher, Ehrlichkeit, als dass sie dann sagen, ach ja, komm, ich bin da schon immer Fan gewesen, guckst den Film an und denkst, okay gut, das da ist absolute Banane, was du da serviert hast. Gut, die Uwe-Beul-Kiste, die ziehe ich jetzt nicht raus, die lassen wir mal zu. Ey, nix gegen Uwe, ich mag Uwe, na gut, aber ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich mag ihn trotzdem. Ja, okay. Er ist halt, er ist halt Charakter Mensch, wo, wo das sagt, was er denkt. Ja. Und wenn er sagt euch zu, ich hab die Lizenz für den Film bekommen oder hab die, den Auftrag bekommen, ich soll den Film drehen, dann ist mir völlig wurscht, was drin vorkommt, ich mach halt mein Ding draus, dann ist es halt so, ne? Also so ist er halt. Richtig, ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man kann sie lieben, man kann sie hassen, aber ich finde, er hat schon trotzdem ein, zwei wirklich gute Sachen abgelehnt, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Zurück zum Film. Hast du irgendwelche Facts über den Film, wie er im Kino ankam? Weiß nicht, hat er sich gut verkauft? Der hat sich ganz gut verkauft, ja. Ja, das wäre halt so ein Ding gewesen, wenn das ein Film ist, wo, weiß ich, wie viele Millionen bekommen hat, um den zu drehen und dann nicht mal die Hälfte oder gerade so wieder das eingespielt hätte, was er ausgegeben hat, das fände ich bei dem Film eigentlich schade. Nee, nee, ich glaube, der war ganz gut im, der war ganz gut im Rennen. Das ist auch der einzige tatsächlich, bei dem ich relativ wenig über irgendwelche Skandale gefunden habe oder irgendwelche Probleme. Das meiste war zu Street Fighter. Ja, okay. Gut, ansonsten, wie gesagt, ich, jedes weitere Wort, was ich jetzt an dem Film verlieren würde, könnte dazu führen, dass ich einen Spoiler, und das möchte ich nicht, weil den Film möchte ich wirklich jedem ans Herz legen. Jeder, wo Film oder Videospielfilme oder Videospiele, sagen wir es so, wer Videospiele liebt und auch Videospielverfilmung dementsprechend dazu sehen möchte, lege ich diesen Film ans Herz. Schaut euch den an. Ich denke, der ist ja auch schon, äh, ja, fast 16 Jahre, äh, ja, ja, doch, kommt so hin, ist der alt. Also ich gehe davon aus, dass den schon einige gesehen haben, aber es könnte ja sein, dass es immer noch Leute gibt, die den immer noch nicht gesehen haben. Schaut euch den an. Er ist genial. Also, mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Und dementsprechend würde ich auch sagen, kommen wir direkt auf Bewertung und Fazit. Jupp. Und ich presche mal vor und ich glaube, ich muss dafür zu meinem Fazit nicht wirklich sagen, weil ich liebe diesen Film. Er macht alles richtig in meinen Augen. Er setzt genau das um, was im Spiel vorkommt. Die Story passt voll rein in dieses Setting. Die Umgebung, diese, diese Stimmung, diese Grundstimmung ist voll gegeben. Also ich bin echt fasziniert, wie man doch eins zu eins praktisch, naja, nicht ganz eins zu eins, aber wie man eine Videospiel-Serie filmisch darstellen kann. Und bin dabei tatsächlich vier, was vergeben wir eigentlich? Oh, es kommen wir vergebens so sanfte Hügel. Wir vergeben sanfte Hügel und da bin ich bei vier von fünf. Also er ist fast perfekt in meinen Augen. Also ich also ich habe mit mir gehadert, ob ich vielleicht sogar fünf gebe. Aber es gibt ja ich bin ja immer es gibt ja es soll ja immer noch ein bisschen Aufschwung nach oben geben. Deswegen ich gebe vier. Ich bin bei vier. Ich gebe ihm 3,5. Okay. Wann ist denn dann doch nicht so gut? Sanfte Hügel doch. Ich meine 3,5 bis 5. Da ist zwar auch noch etwas Luft nach oben, weil perfekt ist er nett in meinen Augen. Er hat klare Schwächen, aber es ist immer noch eine der wirklich besten Videospielverfilmungen, die ich finde. Also die mir auch wirklich gefallen und die ich mir auch öfters mal angucken kann. Aber für mehr langt es dann auch nicht, obwohl ich ein Christopher-Gunz-Fan bin. Aber ja es ist mir auch wirklich schwer gefallen. Ich war auch kurz vor vier, dann dachte ich ja vier ist mir aber eigentlich ein bisschen zu viel. Ich bleibe bei 3,5. Aber es ist ein super Film. Keine Frage. Okay. Gut. Also für mich wie gesagt ist er eigentlich schon was momentan auf dem Markt gibt. Man weiß ja nicht, was in Zukunft noch kommt an Videospielverfilmungen. Aber so was momentan auf dem Markt gibt, ist es doch tatsächlich für mich bisher das perfekte Beispiel dafür, wie man Videospiele umzusetzen hat als Filmform. Nun gut. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir dann Deckel drauf. Wir sind durch. Ich hoffe mir natürlich, ich hoffe mir natürlich, dass noch viele, viele Videospielverfilmungen kommen und auch gute. Also die Hoffnung liegt ja jetzt momentan, das haben wir ja erwähnt, in dem neuen Resident Evil Film. Mal gucken, was sie daraus machen. Ich habe auch gehört, beziehungsweise schon mitbekommen, dass nächstes Jahr ein Super Mario Film rauskommen soll. Um Gottes Willen. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, nicht schon wieder. Ja, aber keine Realverfilmung, sondern es soll ein CGI-Film sein, also so ein computeranimierter Film. Okay. Von daher könnte vielleicht doch was werden. Ja, und Mortal Kombat wird ja auch noch fortgesetzt. Richtig, Mortal Kombat und Sonic 2 sind sie jetzt auch am machen. Also Videospielverfilmungen kommen dementsprechend noch. Also es ist noch nicht Ende der Fahnenstange, wie man so schön sagt. Gut, dann wünsche ich allen Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich noch einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Bin in diesem Sinne raus und überlasst dir Sven dann somit jetzt noch das letzte Wort. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ich sag nur, viel Spaß. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus Vielen Dank.